Hallo zusammen, willkommen zurück zum Deep Learning Studio. Heute mit einem, nun ja, ersten Ansatz für die Lösung, der euch vielleicht dazu anregen soll, vielleicht das Text-Sentiment-Problem noch ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen, dass ihr vielleicht nochmal reingucken könnt. Wie gesagt, das Ganze war ja eine Mini-Challenge und ja, ich möchte euch hier nach und nach tröpfchenweise sozusagen einen kleinen Lösungsvorschlag geben, mit dem man dieses ganze Problem, also im Endeffekt die Zuordnung von Wort auf Gefühlsregung sozusagen, ein bisschen besser noch hinbekommen kann. Das Ganze ist natürlich wieder in Kooperation mit der Fresenius-Hochschule und ja, wenn ihr da noch ein bisschen mehr erfahren wollt, dann kann ich euch da nur empfehlen, euch da mal die Studiengänge anzugucken, die natürlich wie immer in der Beschreibung verlinkt sind. Wie gesagt, da kann man sehr viele coole Sachen machen und ja, vielleicht erfahrt ihr auch noch das eine oder andere Projekt, was da entsteht. Gut, fangen wir an. Wir sehen zunächst einmal hier, dass die Output-Zahlen hier ein kleines bisschen schwierig sind. Das heißt, wir müssen nochmal in die Daten reingucken. Also den Input, den haben wir schon ganz gut hinbekommen. Das Problem ist hier dieser Output. Der Output, der ist auf minus 0,057999999996 und hier unten auf minus 0,0048. Das ist ein kleines Problem, denn ja, wir können, also wir haben ja unser neuronales Netz und wir trainieren das, damit es auch wirklich exakt diesen Wert hier trifft. Nun habe ich euch allerdings gesagt, ihr sollt schauen, dass ihr vielleicht über meine 0% Genauigkeit kommt und das könnt ihr mit solchen Werten wahrscheinlich überhaupt nicht erreichen. Denn selbst wenn das neuronale Netz wirklich, wirklich gut ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier genau diese Zahl rausbringt, quasi nicht gegeben, weil das eben eine sehr ungenaue Zahl ist und offensichtlich ist das auch eigentlich nicht die Zahl, die wir haben wollten, denn theoretisch wäre hier das Ganze auf minus 0,58 gewesen. Das heißt, das hier ist im Endeffekt jetzt schon eine kleine Ungenauigkeit in der Fließkommazahl und da müssen wir erstmal dagegen vorgehen. Auch hier diese vier Nachkommastellen ist ein bisschen heftig. Das heißt, ich habe mich jetzt hier dazu entschieden, vielleicht auf zwei oder drei Nachkommastellen, wahrscheinlich auf drei Nachkommastellen, ja, wir runden auf drei Nachkommastellen, denn ansonsten hätten wir hier minus 0,0, einfach komplett minus 0,00. Das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen ein kleines bisschen das Sentiment schon behalten. Das heißt, wir nehmen hier drei Nachkommastellen und schauen mal, ob das einigermaßen geht. So, jetzt müssen wir natürlich hier erstmal für unsere Daten dafür sorgen, dass die auf drei Nachkommastellen gerundet sind. Das ist das Erste, was wir im Video machen. Dann werden wir ganz kurz die Daten neu importieren und anschließend, und das ist jetzt der spannende Teil, werden wir lernen, wie wir in unserem Modell, also in diesem Textsentiment neuronalen Netz auch wirklich Funktionen anwenden können mit der Lambda-Funktion oder mit den Lambda-Layers. So, das war jetzt ein riesiges Intro, aber ich hoffe, ihr versteht, was wir vorhaben heute, und das kann ein bisschen dauern, deswegen wollen wir das alles jetzt direkt angehen. So, also das nächste Mal, hier ist nochmal die Data Preparation, die brauchen wir gerade nicht, und ich mache hier mal ein kleines bisschen größer. Wir sind jetzt aktuell gerade auf Windows, wie gesagt, weil ich hier mein Modell habe, und ich möchte das nämlich mit euch direkt hier machen. Und ja, wir sehen hier, wir sollten mal uns um Folgendes kümmern. Ähm, der Value sozusagen, also das Ding hier, ist ja im Endeffekt der String aktuell noch, also wir lesen das ja direkt aus der Datei aus, der String, der da drin steht in unserem Wortschatz, in unserer Wortschatz-Datenbank. Und das wollen wir natürlich jetzt ändern. Wir wollen das Ding nicht mehr als String da drin haben, sondern wir wollen zunächst einmal hier ein Double draus machen. Wenn wir sagen, hey, konvertier dich mal bitte. Ein Problem für die Leute, die sich vielleicht mit Python nicht so gut auskennen, denn Double gibt es nicht, das Ding heißt nur Float. Also es gibt tatsächlich an sich sowas wie Double, ähm, nicht wirklich. Okay, nun können wir hier einfach sagen, wir wollen das Ganze runden. Das machen wir mit dem Round-Befehl von Python. Das heißt, wir sagen hier, Value ist gleich, ähm, Round. Und wir können angeben, wie weit wir runden wollen, indem wir hier die Anzahl an Digits auch noch reinpacken. Das heißt, erstmal die Zahl, die wir runden wollen, das wäre Value. Und die wollen wir jetzt auf die Anzahl an Nachkommastellen drei runden, ja. So, ähm, das führt dazu, dass wir hier zum Beispiel Zahlen wie 1,2345 auf 1,235 runden würden, aber auch Zahlen 1,1234, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 oder sowas, werden auch gerundet auf eben drei Nachkommastellen. Das heißt, bis hier. Das heißt, es ist im Endeffekt nur eine Veränderung hinter dem Komma und nicht vor dem Komma, was eigentlich ganz angenehm ist. So, ähm, was das allerdings macht, ist, dass wir immer noch leider, leider, äh, Gleitkommazahlen haben. Und Gleitkommazahlen sind ein kleines bisschen doof, weswegen ich mir gerade so überlege. Ähm, wir gucken uns das einfach mal ganz kurz an, warum ich jetzt nicht sage, okay, wir bleiben bei Gleitkommazahlen, sondern warum wir tatsächlich den Übergang zu Intigern wagen. Ähm, wir printen uns hier tatsächlich mal diesen Value aus. Print Value. So, und dann sagen wir hier noch Value ist gleich, ähm, der String aus dem Value, damit wir ihn auch wieder vernünftig zurückschreiben können. So, und wir printen uns das einfach mal diesen gerundeten Wert jetzt auf und dann werdet ihr sehen, was ich meine mit den Gleitkommazahlen, warum das ein Problem ist. So, öffnen wir erstmal unseren Ordner und sagen rechtsklick PowerShell und ja, wir arbeiten mit der PowerShell, weil wir unter Windows sind und, naja, danke für gar nichts. Ähm, ja, richtig. Ähm, ich muss hier natürlich das Ganze in Leerzeichen machen, leider, weil ich überall Gleiches haben muss. So, okay, ähm, also Leerzeichen und Tabs müssen einfach konsistent sein. Wenn ich einmal mit Leerzeichen arbeite, muss ich immer mit Leerzeichen arbeiten. So, okay, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Doch, das sieht gut aus. Damit können wir arbeiten. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier so kleine Unsauberkeiten haben. Ne, haben wir nicht. Wundervoll. Okay, dann lasst uns doch damit arbeiten, das sieht ganz gut aus. Jetzt haben wir hier eben nämlich nur noch diese drei Nachkommastellen und eben nicht mehr, keine Ahnung, fünf oder sowas oder 100.000 gefühlt. Also alle. Ähm, und damit könnten wir jetzt tatsächlich Chancen haben, diesen Wert auch wirklich zu finden. Sprich, wir können einordnen sozusagen, wie negativ ist das Ganze. So, jetzt ist der erste Schritt erstmal, ist der erste Schritt hier erledigt. Das heißt, wir haben jetzt die neuen Trainingsdaten, hoffentlich zumindest. Wo sind unsere Trainingsdaten? Den mache ich mir hier raus, den Print. Ähm, so, Trainingsdaten sind hier die Train.csv. Die öffnen wir auch mal. Und hier sehen wir jetzt, okay, wir sind immer auf drei Nachkommastellen maximal beschränkt. Wir können auch hin und wieder mal kleinere, ähm, haben, also nur zwei Nachkommastellen oder sowas, wie hier zum Beispiel, das ist auch okay. Aber meistens sind es drei Nachkommastellen. Und jetzt müssen wir das natürlich hier wieder zippen. Das heißt, wir sagen zum Archiv hinzufügen, wir wollen eine Zipp. Und ja, das ist ein kleines bisschen umständlich. Wir können das hier allerdings umdennen. Nicht in Train.zip, sondern in Sentiment.v2.zip. Punkt, zipp. Und ja, ihr werdet meistens mehr als nur eine Version eures Datensatzes brauchen. So, jetzt gehen wir hier wieder raus, ähm, gehen zu den Datasets und sagen, okay, wir wollen einen neuen Dataset haben. Und zwar Sentiment.v2. Mach's bitte auf. Machst du's bitte? Natürlich. Danke für gar nichts. Okay, dann probieren wir das nochmal. Ein Datensatz hier per Drag & Drop reinzuziehen, das ist die größte Herausforderung heute. Wie ihr offensichtlich sehen könnt. So, Sentiment.v2. Wundervoll. Jetzt gehen wir hier in unser Sentiment-Projekt wieder, unser Text-Sentiment-Projekt und gehen auf Sentiment.v2. Und sehen genau das, was ich meinte. Und zwar, dass wir hier immer noch dieses Problem hier haben. Das heißt, intern verarbeitet dieses, ähm, das Deep Learning Studio scheinbar irgendwie die Werte ganz komisch. Und wenn wir jetzt hier drauf wieder versuchen, irgendwas zu trainieren, naja, dann haben wir wieder das riesige Problem. Wir haben eine Milliarde Nachkommastellen, die wir niemals treffen können. Das heißt, was wir machen ist, wir gehen nochmal zurück in unser, ähm, in unsere Data Preparation. Und sagen jetzt hier, anstatt, dass wir runden, wir gehen tatsächlich auf den Integer. Ja. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir runden erstmal. Wir rechnen dann, weil das immer noch ein Integer ist, rechnen dann mal ein 100 hier hinten dran. Äh, ein Float natürlich. Und dann konvertieren wir das Ganze zu einer ganzen Zahl. So. Und jetzt haben wir, nein, halt nicht mal 100 mal. Wir müssen mal 1000 rechnen, ähm, damit wir hier alles haben. Und dann lassen wir das Ganze nochmal laufen. Sodass wir hier sozusagen immer, ähm, auf jeden Fall eine ganze Zahl haben, die dann aber eigentlich zu groß ist. Aber das macht uns ja nichts. Wir müssen ja nicht die Werte zwischen 0 und 1 haben oder zwischen minus 1 und 1. Sondern dann haben wir halt Werte zwischen minus 1000 und plus 1000. Das ist ja nicht so schlimm, ne? Gut. Ähm, wir gehen nochmal in die PowerShell. Beziehungsweise wir fügen tatsächlich sogar erstmal hier nochmal, ähm, den Printbefehl ein. Damit wir auch sehen, dass wir gut sind. So. Und jetzt sagen wir, wir machen das nochmal. Ja. Immer dasselbe. Sorry, ich habe mir das mit Tabs angewöhnt. Ähm, aber in PyCharm wird das automatisch konvertiert. Okay. Jetzt sehen wir hier, ähm, wir kriegen hier offensichtlich Werte zwischen plus und minus 1000 raus. Und ja, das ist ganz gut soweit. Sieht eigentlich ganz solide aus. So, und jetzt haben wir nämlich keine Gleitkommazahlen mehr. Jetzt erkennt das Deep Learning Studio das auch ein bisschen anders. Das heißt, ähm, wir können jetzt hier wieder rausgehen in unsere Datensätze. Wir gehen wieder hier rein. Bauen uns den V2-Datensatz nochmal. Ähm, wir gucken erstmal kurz nach, ob das auch wirklich funktioniert hat. Ja, bitte. Ja, das hat funktioniert. Wundervoll. So, ähm, jetzt fügen wir das wieder zum Archiv hinzu. Sentiment V2. Sentiment V2. Und zippen das Ganze natürlich. Und okay. So. Hochladen tun wir das, indem wir hier das erstmal löschen. Das Ding hier hochladen. Und unseren Ordner wieder mal zur Seite schieben. Und hochladen. So, jetzt haben wir das Sentiment V2 und jetzt können wir hier tatsächlich hergehen und unser Text-Sentiment müsste sich ändern. Jetzt sehen wir hier nämlich minus 58 und jetzt haben wir keine dämlichen Rundungsfehler mehr. Und das heißt, wir haben eben nicht mehr dieses riesige Problem, dass wir jetzt hier irgendwie auf so viele Zahlen genau das berechnen müssen, sondern wir sind halt einfach zwischen minus 1000 und plus 1000. Und hier und unserem Modell müssen wir das jetzt natürlich auch nochmal berücksichtigen. Das heißt, wir haben hier offensichtlich gerade Werte zwischen, naja, wir schauen, beziehungsweise nein, eigentlich müssen wir es gar nicht berücksichtigen, weil unser Modell trainiert ja jetzt hier direkt sozusagen den Input auf den Output. Und der Output besteht ja jetzt aus diesen anderen Daten hier. Das heißt, aus diesen Dingern hier. Was ich euch allerdings trotzdem noch zeigen möchte. Und ja, das hat jetzt eigentlich nicht mehr direkt was mit dem Modell zu tun. Und das hätten wir gemacht, wenn wir die andere Variante genommen hätten mit den Gleitkommazahlen, was wir aber trotzdem hier eigentlich machen können, was eigentlich sogar sinnvoll ist. Wir wollen trotzdem hier unsere Ausgabe runden. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir runden unsere Ausgabe, also von dem Dance Layer hier in eine Schicht, in einer Schicht, die dann sozusagen nur noch ganze Zahlen ausspuckt. Weil hier nach dem Dance Layer können natürlich auch Gleitkommazahlen bei rauskommen. Und das machen wir, indem wir hier tatsächlich die Advanced Layers bitte alle einstellen. Und dann kriegen wir wieder mal alles zur Verfügung, was wir haben wollen. Und ja, jetzt haben wir hier unter den Core Layers einen ganzen Haufen mehr zur Auswahl. Ich werde euch die jetzt hoffentlich alle nacheinander vorstellen können. Das wäre zumindest so mein Ziel. Und wir wollen jetzt hier erstmal das Lambda Layer verwenden. Und mit dem Lambda Layer, das ist so die Variante, wie ihr wirklich Code auf euren Werten von dem Neuron ausführen könnt. Und das ist ziemlich geil. Das heißt, wir kappen erstmal hier diese Verbindung. Wir verbinden das Lambda Layer nach dem Dance Layer und das Lambda Layer ins Output Layer rein. Und jetzt können wir hier wirklich eine Funktion angeben. Und das muss eine Lambda Funktion sein. Das heißt, hier müsst ihr wieder mal ein bisschen eure Python Skills ausgraben. Ansonsten schaut euch ganz gerne von mir das Video auf YouTube hier auch zu dem Lambda Funktion in Python an. Das ist, ja, das sollte eigentlich erklären, was da passiert. Ich erkläre es euch aber trotzdem ganz kurz. Und zwar könnte ich hier einfach sagen, Lambda. Das heißt, ich möchte die Eingabewerte, Lambda X bedeutet genau das. Ich möchte mit den Eingabewerten aus dem Layer vorne dran folgendes tun. Und das kommt eben nach dem Doppelpunkt, was ihr tun wollt. Ihr könnt hier sagen, ich möchte ganz gerne die Werte verdoppeln. Ich möchte sie hoch 2 nehmen. Ich möchte irgendwas anderes damit rechnen. Ich möchte sie plus 2 nehmen. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. In unserem Fall wollen wir jetzt die Funktion aufrufen von Keras, die eine ganze Zahl aus einer Gleitkommazahl macht. Und die finden wir bei Keras. Und ja, jetzt werden wir Keras verwenden. Jetzt sind wir dann leider nicht mehr unabhängig vom Backend. Das heißt, wir müssen immer Keras benutzen. Oder hier das Lambda umschreiben. Das ist ein bisschen doof, aber das lässt sich leider bei den Lambda-Funktionen nicht unbedingt vermeiden. Das heißt, wir sagen hier Keras.Backend.Round. Und das ist eine Funktion. Das heißt, wir brauchen hier die Klammern. Und da stecken wir das X rein. Das heißt, wir runden sozusagen unseren Output von Keras. So, und jetzt habe ich hier irgendeinen Fehler. Welchen Fehler habe ich? Das ist ein anderer Fehler offensichtlich hier. Wir können Tupel nicht... Naja, okay, warte. Das ist mal wieder dieser wundervolle Fehler, der immer dann kommt, wenn man hier vergessen hat, so wie ich gerade, den Output-Port einzustellen für meinen Output. Und ja, jetzt sehen wir hier, okay, das Ganze funktioniert auch. Und jetzt lasst uns das mal trainieren. Mal gucken, was wir jetzt schon bei rausbekommen. Ohne hier irgendwas an den Schichten optimiert zu haben. Einfach nur mit dem Training. Ich pausiere euch währenddessen wie gewohnt mal wieder und wir hören uns gleich wieder. So, leider habe ich gerade einen Fehler bekommen von wegen irgendwas mit Unicode. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Ich glaube aber, das liegt tatsächlich an Deep Learning Studio. Also, wenn ihr sowas bekommt, das, wie gesagt, das Programm ist immer noch eine leichte Beta. Das muss nicht unbedingt perfekt funktionieren. Aber ich denke, es bietet euch einen guten Ansatz, weil ihr eben dann auch einfach euch das Modell hier tatsächlich exportieren könnt, beziehungsweise dann anschließend auch wieder hochladen könnt oder euch einfach den Code anzeigen könnt. Und das wäre dann das Ding hier. Das ist ganz cool. Das heißt, ja, im Endeffekt könnte man hier dann einfach weitermachen, wenn man solche Fehler bekommt. Aber ja, wir sehen auch hier, dass unser Netz jetzt ausnahmsweise auf jeden Fall mal was gelernt hat. Das heißt, wir sind hier von 70.000 Fehler pro Batch. Das heißt, wir haben hier, jetzt kann ich euch noch ganz kurz zeigen, wie man das berechnet. Wir haben hier eine Batch-Größe von 32. Das heißt, 32 Werte, die zwischen minus 1.000 und plus 1.000 liegen. Bei diesen 32 Werten haben wir jetzt insgesamt diese 70.000 als Fehler. Das bedeutet, wir liegen insgesamt 70.000 daneben von diesen insgesamt 32 Werten. Also quasi 32 mal der Einzelfehler. Das heißt, man muss diesen Fehler hier eigentlich durch 32 rechnen, was auf einen anfänglichen Fehler von 2.187 ungefähr herauskommt. Das heißt, wir haben einfach irgendwo ins blaue Werte geschossen. Und ja, das ist schon ziemlich doof. Das heißt, ganz am Anfang waren wir wirklich schlecht und haben quasi nichts gekonnt. Und jetzt sagen wir hier hinten, okay, wir haben hier ein Average Loss von 50.000. 50.000 durch 32 ist ungefähr 1.500. Das heißt, wir sind uns schon mal ein bisschen angenähert. Und natürlich, das Modell hier ist immer noch super klein und viel zu klein, um irgendwas damit zu machen. Aber ja, das ist zumindest mal ein Anfang. Und wir sehen, hier hat sich auch nicht mehr wirklich was geändert. Das heißt, das Training bis hierher laufen zu lassen, hat sowieso ausgereicht. Gut. Und ja, ich hoffe, damit könnt ihr jetzt ein bisschen weitermachen. Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar Leute sich beteiligen würden an der Challenge. Das heißt, ich gebe euch vielleicht noch mal ein bisschen Zeit. Und wenn ihr es nicht mitbekommen habt, hey, jetzt ist eure perfekte Chance. Schaut euch einfach in der Playlist ein bisschen um und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr hoffentlich auch die Studiengänge natürlich von der Hochschule Fresenius nochmal kurz ausgecheckt habt und vielleicht Infodaten oder sowas angefordert habt. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao.